Musik 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 Ähm... Wie oft muss ich noch auf nein drücken? Schnitt Musik 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 echt cool ich bin gerade dabei ich hab so richtig lang gepennt alter ich weiß dir so richtig lang ich glaube bis halb zwei war heute um halb zehn schon wieder wach wieder gewonnen wieder gewonnen wenn ich jetzt nächste wieder gewinnen das ist die strähne hier hast du gerade verloren 13 ohne stehren jetzt habe ich zwei mal gewonnen das 13 mit zwei stern jetzt bist du wieder auf den sack meinst du schaffst wenn uns mindestens platz 9 also unter 10 was ist denn mit 9 ja unter top 10 dann heißt das ja das ist das ist ja nur der rang mit dem top 10 scheiß von gleicher stapp legend an von legend geht es dann wenn du legend rang 1 bist bist du rang 1 von europa da ja aber legend rang 1 alter kommt erst mal hin ja das ist das richtige ranking also hier die muss du jetzt gesagt dass hier mit neunter neun best oder so das fangt das ist aus der page und weil das vorher das ist einfach nur zum einreihen für die legend was der legend angehängt hast du meinst wie hart das ist so so ab rang ab rang vier oder drei hat dafür freaks rumrennen alter fünf jetzt krass weil dann kriegst du keine siegesträgne mehr ja und dann brauchst du glaube ich fünf sterne und brauchst immer fünf siege dass du weiterkommst jetzt richtig ab ab vor allem alter wenn du dann verlierst so zweimal oder dreimal in folge erst mal wieder neue sternchen sammeln komm treff ihn schaffst du es tritt ins gesicht ins gesicht erst mal channel wechseln hier viel zu voll und so ja ich muss den ding jetzt auch ich werde mir jetzt die tage hast du gesehen den ganz genau wollte ich dich fragen hast du bock wenn der neue patch draußen ist in diablo 2 2 2 2 0 oder so ist das glaube ich immer jetzt auch schon das neue season hat schon angefangen ja ne ich will den neuen patch dann auslösen weil neue gobos sind da drinnen und so ein scheiß neue leds ist jetzt auch schon echt die neuen die neuen gobo sind jetzt auch schon der goldene und der blaue gobo ja blutsplitter gobo ist da auch viele also lohnt sich das ja benutzt sie sind schon angefangen ja zwei tage gespielt schon war schon einmal auf dem blutsplitter cap krass nice er muss sich wieder reingucken da habe ich auch wieder voll bock darauf ich habe gelesen ich habe mir die patch notes so durchgelesen alter und die neuen setzten ja mal mega fett aus weil ich spiel mir gerade den krieger hoch also ein baba im ding jetzt im season oder aus der season mit level ist er schlagt mich tot keine ahnung okay ich schlag dich doch nicht einmal 50 oder so unter 20 ne 120 ist er noch ja ok dann komm ich ja easy hinterher ja du levelst zu schnell ich mag nur portale die ganze zeit ja süß so behältst du deine paragon ne ne alles wird wieder resettet ne also von den jars was du in der ersten season gemacht hast ja ja die werden aufs normale ne wird alles aufs normale genau übergesetzt aber jetzt neue season fängst du da von null an also kommt boah alter das ist richtig ohne paragon ohne gold egal können wir machen aber gold kriegst du so schnell ja ich wollte gerade sagen gold ist ja jetzt nicht so das problem vor allem wenn du den ganzen scheiß immer verkaufst oder zu staub machst oder so äh zu staub zu materialien ja ja muss ich gucken weil der neue die patchnotes haben mich auf jeden fall wieder angefickt auf den ganzen kann man jetzt dann nachher machen ja hört sich gut dann komm schon boah alter so viele gegner ich will nicht sterben ich will nicht sterben ja drei drei sherrymonds auf meine eier äh auf mein mein gott was ist heute los mit mir telefoniere heute so mit meiner schwester weißt du wollte er einfach nur sagen dass die dinge zwöl die schneidet mir immer die haare weißt du so sagt er so die soll freitag vorbeikommen und hab die worte einfach dafür nicht gefunden bin fünf minuten oder so gebraucht um der zu sagen komm freitag vorbei schneid mir die haare weißt du so richtig behindert alter ja ich bin heute richtig durch ja ich hab zu lange gepennt was mich wundert keine kopfschmerzen normalerweise wenn ich so richtig lange pennen übelst fette kopfschmerzen aber nein heute nicht heute gibt es den pyre immer gut gut guuut mama erster zug gegen schredder raus schredder welcher schredder ich habe den ersten zug gegen vier und geldmonster draußen what nuchita dudu achso ja klar mit den den mana kristallen und so ne ja ja das ist schon leicht op mit dem mana kristallen ganz ehrlich wenn am anfang diese kriegst du zwei kosten und dir einen zusätzlichen geben also schon mal dass du einzug weiter bist eigentlich das ist schon echt op wenn du dann wenn der gegner dann auf drei rumgurkt und du schon fünf hast ey f*** richtig mech schurke mech schurke mech schurke ganzen neuen karten denkst du so okay die karten hat er die karten hat er vielleicht drinnen und dann kommen jetzt noch diese ganzen mech karten die du gar nicht alle kennst weißt du weil du selber nicht alle angesehen hast ja ja das wird wieder ein bisschen schwieriger aber egal ich habe immerhin diese season einfach nur rank 20 gemacht nächstes season vielleicht ein bisschen weiter vor allem habe ich jetzt im moment keine quests gestern meine drei ques voll geil ich habe zweimal 60er quest für dingens warlock gehabt und einmal eine 40er quest hier irgendwas mit low level monstern weißt du ja zwei oder mit ja genau und perfekt für warlock weißt du weil ich da so viele niedrige viecher drin hab weißt du so ähnlich wie was ist halt handlock glaube ich ne mit den niedrigen oder so oder so genau handlock ist mit molten scheint genau wo du dich erstmal runter fix und dann die ganzen giant spawns diri 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 bam oh gleich schon 38 und das sind 12 minuten mein gott habe ich es drauf deck mir amarsch das werde verkacken jetzt mann dreck schurke ach ja äh genau leute die gerade zusehen hallo hier schön dass ihr da seid doch natürlich schön dass ihr da seid aber aber